Hallo zusammen, wir befinden uns hier auf der wunderschönen Finca Savon Calenta in der Nähe von Arta. Wir machen hier zu 7 Urlaub. Seit zwei Wochen sind wir hier. Die Finca ist total gut ausgestattet. Wir haben vier Schlafzimmer, drei Bäder, eine tolle Küche und ein Wohnzimmer. Hier draußen seht ihr die tolle Terrasse, auf der wir jeden Morgen zusammen gefrühstückt haben. Der Hit von dieser Finca ist natürlich hier die Aussicht, die ihr seht. Mit Blick auf die Burg und hier unten seht ihr unseren wunderschönen Pool, der immer total gut abkühlt und erfrischt. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz, wie es innen aussieht. Hier sehen wir eins der vier Schlafzimmer. Riesengroßes Bett, Nachttische, der Schrank ist groß, der wunderschöne Schaukelstuhl. Kommt mit, hier zeige ich euch noch das Wohnzimmer mit Fernseh und einem Kamin. Natürlich gibt es hier auch WLAN. Und hier haben wir den riesen, großen, wunderschönen Glastisch. Und dann können wir hier noch zur Küche. Mit Spülmaschinen und einem Backofen. Der Kühlschrank ist auch hier. Also alles da, was das Herz begehrt. Wir können es euch nur wärmstens empfehlen, hier Urlaub zu machen. Es hat uns richtig Spaß gemacht und es war ein richtig toller Urlaub. Tschüss! Finca Yorker. Urlaub dir was.